Hi, ich bin David und willkommen zu einem neuen Video von Bußgeldkatalog.org. In diesem Video erkläre ich euch, was ein verkehrssicheres Fahrrad ausmacht. Wann gilt euer Fahrrad als verkehrssicher? Und mit welchen Bußgeldern müsst ihr rechnen, wenn euer Rad nicht den Vorschriften entspricht? Wollt ihr mehr zur Verkehrssicherheit bei Fahrrädern wissen? Oder habt ihr weitere Fragen? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wann gilt ein Fahrrad als verkehrssicher? Damit euer Fahrrad den Vorgaben der Straßenverkehrszulassungsordnung entspricht, muss es mit bestimmten Dingen ausgestattet sein. Dazu gehören unter anderem zwei voneinander unabhängige festmontierte Bremsen. Außerdem ist eine helltönende Klingel vorgeschrieben. So könnt ihr in gefährlichen Situationen auf euch aufmerksam machen. Damit euch andere bei Dunkelheit sehen können, müssen zudem Scheinwerfer und Reflektoren am Fahrrad angebracht sein. Vorne sind mindestens ein weißer Scheinwerfer und ein weißer Rückstrahler vorgeschrieben. Hinten sind ein rotes Rücklicht und ein roter Rückstrahlerpflicht. Bei neueren Rädern findet ihr Scheinwerfer und Rückstrahler meistens kombiniert montiert. Scheinwerfer und Rücklicht könnt ihr sowohl über ein Dynamo als auch über Akkus oder Batterien betreiben. Es spielt auch keine Rolle, ob die Beleuchtung fest installiert oder abnehmbar ist. Zu einem verkehrssicheren Fahrrad gehören noch weitere Reflektoren. Gelbe Rückstrahler sind beispielsweise für die Pedale vorgeschrieben. Hier müsst ihr auch darauf achten, dass sie an beiden Seiten der Pedale vorhanden sind. Auch an den Rädern selbst sind Rückstrahler oder Reflektoren Pflicht. Das könnt ihr zum Beispiel durch weiße reflektierende Streifen an den Reifen oder weiße Hülsen an den Speichen gewährleisten. Die bekannteste Variante für Rückstrahler am Rad sind aber wohl die Katzenaugen. Davon solltet ihr jeweils zwei Gelbe pro Rad an den Speichen befestigen. Welche Bußgelder drohen, wenn euer Fahrrad nicht den Vorschriften entspricht? Ist beispielsweise eure Klingel nicht funktionsfähig oder fehlt sie ganz, kostet euch das 15 Euro. Habt ihr keine Bremsen oder funktionieren diese kaum, müsst ihr mit 20 bis 25 Euro rechnen. Etwas teurer wird es, wenn eure Fahrradbeleuchtung defekt ist oder fehlt. Hier werden 20 bis 35 Euro fällig. Fehlen vorgeschriebene Reflektoren? Sind es immer noch 10 Euro, die ihr zahlen müsst? Habt ihr mit einem nicht verkehrssicheren Fahrrad einen Unfall verursacht, kann die Polizei es beschlagnahmen und unter Umständen entfällt dann auch euer Versicherungsschutz und ihr müsst die Schäden selbst zahlen. Und wie verkehrssicher ist euer Fahrrad? Verratet es uns in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Like. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org.